Musik Schön, dass du wieder eingeschaut hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute geht es ran, dass wir nochmal was von der Serie Pinky Maninky bauen und zwar bauen wir von Pinky, deren besten Freundin Babs, das Haus. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's! Für Babsys Haus holen wir uns einfach mal heute ein bisschen hellgrüne Keramik raus. Glatter Quarz, davon nochmal die Stufen. Denn nun wird es akazienholzblöcke, Treppen, Stufen und sogar die Tür heute raus. Denn nun wird es noch ein bisschen stolperter gehaken. Und dann noch das gute Glas, ich nehme heute mal wieder türkises Glas. Wir fangen wie immer erstmal mit den Grundlösern an. Das heißt, wir schnappen mal unsere hellgrüne Keramik, setzen uns einen Block hin, gleich daneben mal glatten Quarz dran und dann lassen wir uns erstmal sechs Blöcke Platz, ganz normal sechs Blöcke Platz lassen, setzen wieder einen Quarzblock hin und wieder einmal Keramik. Dann lassen wir uns zwei Blöcke Platz und setzen uns wieder einmal Keramik hin. So, das können wir jetzt einmal nach hinten ziehen und setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier sechs Blöcke. Sobald wir das haben, gehen wir gleich schräg davon einmal hinten hier ab und setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Keramikblöcke ran und setzen dann einmal Quarz. So, jetzt können wir einmal komplett bis nach hinten gehen. Da setzen wir jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 15 Blöcke einfach mal nach hinten ran. Dann kommt wieder einmal unser Quarzblock und dann geht es einmal wieder zur Seite weg. Da setzen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf weitere Blöcke einfach mal ran. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz, einmal Keramik und einmal Quarz. So, jetzt geht es wieder einmal nach vorne. Da können wir gerne zählen, müssen aber nicht zählen, denn wir können das einfach mal nach vorne ziehen und halten an, wo wir, sag ich mal, jetzt hier abgebogen sind. Weiter ziehen wir das nicht nach vorne, denn können wir einfach mal so schräg gehen, setzen da einfach so ein Zweier hin, wenn wir hier so schräg einmal abbiegen. Und dann sollten wir hier zwischen noch nach vorne so um die vier Blöcke haben, sodass wir hier wieder insgesamt sechs Blöcke haben. Sehr schön, sobald wir das jetzt hier einmal geschafft haben, wollen wir das Ganze auch noch hochziehen auf insgesamt fünf Blöcke. Das heißt, wir setzen überall noch vier Blöcke rauf, dass wir hier dann fünf haben. Und das heißt, auch den Quarz ziehen wir dann auf eine Fünferhöhe, obwohl halt den Quarz, den machen wir mal, würde ich sagen, hier vorne, nur auf eine vierer Höhe. Aber den hier an der Seite, hier bei diesen Ecken, die wir hier haben, davon haben wir ja insgesamt drei Stück, den können wir auf eine Fünferhöhe machen. Jawohl, so, dann können wir uns das hier einmal alles hochsetzen. Super, sobald wir das denn soweit haben, wollen wir hier oben noch die Lücken einmal zumachen. Hier auf der Vorderseite machen wir mal die letzten zwei Ebenen zu. Hier vorne über dieser großen Lücke machen wir nur die letzte Ebene zu. Und auf der Rückseite machen wir auch einmal nur die letzte Ebene zu. So, sobald wir das haben, wollen wir jetzt schon mal so ein bisschen den Vorbau machen für unser Dach später. Wir fangen hier auf der Rückseite auch am besten an, lassen einfach den ersten Block hier Platz, dann setzen wir uns hier wieder eine Ebene schön rauf und dann lassen wir mal zwei Blöcke Platz und ziehen uns wieder eine Ebene rauf. Und das machen wir so lange, bis wir oben ankommen und noch drei Blöcke haben. So, wunderbar, hier seht ihr meine drei Blöcke und schon ist das Maß fertig. So, das wollen wir natürlich nochmal auf der Vorderseite machen. Wir fangen am besten hier auf dieser Länge an, lassen wieder hier den Quarzblock einmal offen, ziehen uns hier einmal so einen Block rüber, so, rüberziehen hier bis zur anderen Seite und lassen auch hier diese Blockreihe komplett einmal offen. So, dann wieder zwei Blöcke jeweils Platz lassen und wieder die Strebe hier einmal rüber und das machen wir auch wieder, bis wir oben ankommen, bei drei Blöcke. So, drei Stück, wunderbar. Sobald wir das jetzt haben, geht es jetzt los, dass wir unsere Fenster und Türen uns einmal reinbasteln. Zuerst würde ich mal sagen, verbauen wir das ganze Quarz und zwar die Stufen. Wir fangen vorne an, können hier oben hier einfach mal eine Stufenreihe schon mal langziehen und haben schon ein bisschen unser Garagentor fertig. Jetzt wollen wir nochmal uns ein paar Stufen hier vorne bei der Haustür einmal platzieren, gehen dann hier mal zur Seite und dann fangen wir hier hinten mal an. Wir lassen uns eine Blockreihe Platz und dann schlage ich mir hier mal hier diese zwei Blöcke mal weg, setzen wir Stufen unten und oben hin fürs Fenster, dann gucke ich hier gleich auf die Seite. Ich würde mal sagen, hier machen wir so ein 3x3 Fenster einfach mal rein und setzen uns immer wieder bei jedem Fenster Stufen unten und oben hin. Das brauche ich, glaube ich, jetzt wirklich nicht mehr immer zu sagen, ist ganz einfach. So, jetzt biegen wir wieder hier zur Seite ab und machen hier uns jetzt einfach mal ein 4x3 Fenster einfach mal rein. Sobald wir uns das hier wieder verkleidet haben, lassen wir jetzt insgesamt würde ich mal sagen 5 Blöcke Platz und können uns wieder ein 4x3 Fenster hier einfach mal reinhauen und sobald wir das, sage ich mal, hier auf der Seite fertig haben, biegen wir mal auf der Rückseite ab und hier machen wir nochmal zwei 3x3 Fenster rein. Wir lassen hier den ersten Block wieder so Platz, dann kommt hier unser erstes 3x3 Fenster, dann lassen wir uns, würde ich mal sagen, drei Blöcke Platz und dann schlage ich mir nochmal so ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Sobald wir dann auf der Rückseite auch diese zwei Fenster haben, würde ich sagen, hinten bei diesem Ausgang, zack, machen wir nur oben die Stufen hin, dann gehen wir hier nochmal zu dieser Seite. Dann mache ich mir jetzt hier auch wieder zwei 3x3 Fenster einfach mal rein. So, lassen wir dann zwei Blöcke Platz, machen wir jetzt aber nur so ein 2er Fenster mal rein, also 2x3. Halt, jetzt habe ich es, glaube ich, falsch gemacht, denn ich will mit, glaube ich, obwohl, warte mal, ich muss mal hier an der Seite gucken, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. So, ich mache jetzt auf der anderen Seite auch nochmal ein 3x3 Fenster, einfach so einen Block Platz lassen und dann wollte ich hier perfekt in der Mitte mir das machen. Und, ja, dann müssten wir eigentlich genau davon immer drei Blöcke Platz lassen und dann passt das hier perfekt. Oh, dann natürlich nicht vergessen, die Stufen sich überall einmal hinzumachen. Ja, und dann haben wir die Seite auch fertig und dann fehlt nur noch ein kleines Fenster und zwar hier bei unserer Garage. Da oben machen wir es genauso wie auf der anderen Seite, dass wir hier einfach, zack, zwei Blöcke hinten mal weghauen und die Stufen hin. So, super, dann haben wir das soweit fertig mit den Fenstern und kommen jetzt mal zu unseren Türen und zum Garagentor. So, Garagentor ganz einfach, wir setzen unsere Karzenblöcke einfach mal hier hinten einmal rein, komplett bis hier oben einmal hin, dass man hier nicht mehr durchgucken kann. Und dann möchte ich mir auch gleich ein paar Fenster da reinhauen. Das heißt, einfach mal hier schlage ich mir mal so zwei Blöcke an den Seiten einmal weg, setzen wir oben dann einfach meine umgedrehten Treppen hin und darunter einfach ein paar Stufen. Fertig sind die Fenster bei der Garage und schon geht es an die Tür. Wir fangen mit der Haustür an und diesmal habe ich mir so gedacht, vielleicht möchte der eine oder andere sich natürlich das Haus auch einrichten. Von daher könnt ihr euch gerne hier einfach so ein paar Blöcke hinmachen, dann eine umgedrehte Treppe oben hin und die Tür ran und schon könnt ihr, sage ich mal, das Haus betreten ist nicht so unbedingt Deko, also kann man es auch nutzen. Falls du es natürlich Deko haben willst, haha, habe ich eine zweite Variante. Und zwar müsstest du das dann einfach auf der Vorderseite genauso machen, das heißt, die Tür dann einfach nur eine Blockreihe erhöhen. Und dann machst du es dir ganz einfach, dass du dann komplett hier einfach hier, zack, dir deine Holzböcke einmal überall reinsetzt und dann einfach einen Türknopf mit einem Steuerdrakaten dir platzierst. Das ist jetzt für jeden so gemacht, wie er möchte. Entweder halt Deko oder du machst es dir dann wie auf der Vorderseite so, dass du die Tür nutzen kannst. Ist jeden selbst überlassen, wie man es dann machen möchte. Und dann bleibt nur noch eins übrig, und zwar nehmen wir einfach unsere Glasböcke und platzieren die jetzt hinter jeder Öffnung, die wir innen drin haben. Das kannst du hier überall einmal machen, bei jedem Fenster, auch hier bei der Garage, bitte, zack, einfach einen Block hin. Super, soweit wir das dann hier wieder geschafft haben, heißt es, wieder neue Blöcke sich mal rausholen. Nun wollen wir uns natürlich ranmachen, das Dach zu bauen. Das heißt einfach mal, wir holen uns mal ein bisschen Schwarz, eigentlich neue Stufen und Treppen raus. Dann ein bisschen Teppich, ein bisschen Heckerrohr und davon nochmal die Blockversion. Also einmal hier die Platten und Block. Dann holen wir uns auch ein bisschen roten Sandstein raus. Da einmal Treppen, Blöcke und Stufen. Dann geht es weiter mit glatte Sandsteinstufen und einem Ofen. Ich würde sagen, bevor wir an Kleinigkeiten gehen, gehen wir erst mal an das Große, und zwar wollen wir uns das Dach aufsetzen. Wir fangen am besten vorne hier einmal bei unserer Haustür und Garage an. Ich setze mir jetzt einfach mal eine Stufenreihe, komplett hier an der Seite des Blockes einmal lang. So, komplett hier auf jeder Seite, auch Rückseite, ziehen wir uns das hier einfach mal lang. So, wunderbar. Wenn wir das haben, setzen wir genau darauf noch eine weitere Stufenreihe. Komplett hier einfach nochmal drauf. Und sobald wir die dann hier einmal so langgezogen haben, wollen wir nochmal hier hinten, zack, nochmal eine weitere Stufenreihe hier zur anderen Seite ziehen. Komplett hier so gerade lang. So, und sobald wir das haben, können wir jetzt hier diesen Bereich einmal ausfüllen. Und zwar möchte ich den mit grauem Teppich mal einmal machen. Jetzt müssen wir natürlich hier einmal auf unsere Keramik natürlich hier diese Teppichplatten einmal setzen. Und hier innen füllen wir das auch nochmal mit Teppich aus. Da kannst du dir zwei Arten machen. Entweder füllst du es halt aus mit irgendeinem Block. Zum Beispiel kannst du jetzt auch genau graue Wolle nehmen. Oder du füllst es hier mit irgendeinem anderen Block aus und setzt darauf einfach die Teppichplatten. Welche Variante du nimmst, ist ganz dir überlassen. Aber ich empfehle die Teppichplatten, weil sonst sieht man immer hier so eine kleine, diese Kante sieht man denn. Und das wollen wir nicht, von daher setzen wir ja alles schön einmal zu mit dem Teppich. Okay, soweit wir es haben, geht es jetzt ran ans große Dach. So, ihr kennt es, wir fangen immer so an, dass wir erstmal die Treppen uns setzen. Und zwar immer bei jedem Übergang. Hier oben bei der Dreierfläche lassen wir es einmal mal glatt und gehen hier auch wieder runter mit den Treppen. So, jetzt kommen die Stufen. Die setzen wir jeweils hier immer, zack, auf unseren geraden Flächen. Hier oben in der Mitte machen wir einfach einen Block an. So, und hier runter geht es dann auch wieder, zack, mit den Stufen. Und hier auch. So, die können wir natürlich jetzt einmal bis zur anderen Seite ziehen. Nachdem wir uns dann natürlich das Dach hier einmal rübergezogen haben, ist wie immer, sage ich mal, auch die Aufgabe, das Dach natürlich ein bisschen zu verschönern. Das heißt, wir lassen natürlich noch einmal überstehen. So, ich bin hier noch gerade dabei, das Ganze überstehen, mir einmal zu lassen. So, wunderbar. Hier oben in der Mitte machen wir dann einfach auch einen Block einfach mal hin. Und dann können wir das natürlich nicht so lassen und müssen das Ganze natürlich noch ein bisschen verstärken. Das ist eigentlich immer ganz einfach. Und zwar setzen wir immer eine weitere Stufe unter so einer Stufe, die wir hier haben. Und das ist alles, was wir machen. So, unter jeder Stufe ist eine Stufe. Natürlich ist es jetzt hier auch an der Seite vom Haus auch ganz klar, dass wir hier auch nochmal, zack, eine Stufe hier runter setzen. Und auf der anderen Seite machen wir eigentlich auch überall unsere Stufen hier nochmal darunter. Und sobald wir das natürlich hier haben, sehen wir, an der Seite müssen wir auch nochmal das hier verstärken. So, wunderbar. Und das Schöne ist, ihr seht, das verläuft hier mit dem anderen Dach perfekt ineinander. Das ist doch schön, oder? So, jetzt fehlt natürlich eine Sache. Und zwar, ihr seht es hier vorne. Wir müssen das hier natürlich auch noch ein bisschen besser machen. Hier zum Beispiel können wir einmal unsere Treppe noch nach vorne ziehen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Block hin. So, das Dach haben wir fertig. Nun wollen wir uns noch ran machen an die schöne Couch, die hier oben drauf steht. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen unseren glatten Sandstein, suchen uns hier mal so ein bisschen schon mal die Mitte raus vom Dach. Wir sehen ja, wir haben hier eine Fünferbreite. Lassen jetzt jede Seite, würde ich mal sagen, vier Blöcke Platz. Da können wir ruhig schon unseren Block mal reinsetzen. So, andere Seite auch nochmal so um die vier Blöcke Platz lassen. Wunderbar. Dann können wir hier einmal auf der Rückseite, zack, hier einmal komplett auf der Fläche unsere Blöcke einmal platzieren. Auf der Rückseite machen wir das gleich auch noch auf eine zweier Höhe. Und dann würde ich sagen, hier vorne in der Mitte machen wir das erstmal so ganz stumpf wie eine Couch. So, jetzt wollen wir das Ganze nach vorne noch ein bisschen machen. Da würde ich mal sagen, an den Seiten platzieren wir einfach mal zwei umgediebte Treppen einfach mal. Denn hier in der Mitte setzen wir uns ganz normale Treppen einmal hin. Und dann setzen wir einfach mal hier an den Seiten auf unseren Lehen einfach nochmal ein paar Stufen. Und schon haben wir so gut wie unsere Couch schon fertig. Jetzt möchte ich sie mir noch ein bisschen größer machen. Das heißt, sie setzen mir oben nochmal ein paar Stufen hin. Und weil oben noch so ein bisschen, sag ich mal, so ein paar Sessischungen da drauf sind, machen wir da einfach mal auch hier mit unseren glatten Sandsteinstufen einfach mal die so ein bisschen deuten wir so an. Und dann haben wir schon die Couch hier einmal fertig. Jetzt können wir gerne auch daneben, ist irgendwie noch hier so, zack, so ein kleiner Ofen oder sowas daneben, so eine Kiste. Das stellen wir einfach mal mit dem Ofen da. Und dann haben wir die Couch oben auch fertig. Um das Haus jetzt noch abzuschließen, bauen wir uns noch einen kleinen Schornstein. Dafür nehmen wir ein paar Ziegelblöcke und fliegen mal einfach mal hier auf die Seite von unserem Haus. Am besten, wir gucken hier von der Seite. Eins, zwei, drei. Ab dem dritten Block gehen wir mal hier oben aufs Dach. Und dann lassen wir hier einfach eins, zwei, drei Treppen Platz. Und zack, hier bei der vierten setzen wir einfach mal, ja würde ich sagen, einfach mal hier dreimal unseren Ziegelblock hin. Darauf dann einfach mal ein Lagerfeuer. Und ans Lagerfeuerrand könnt ihr dann einfach ein paar Tropenholzfalte euch einmal platzieren. Und fertig haben wir unseren funktionierenden kleinen Schornstein. Und Babsi kann einziehen. Und fertig ist das Haus. Zu guter Letzt kannst du natürlich noch ein bisschen Deko-Rings rumsetzen. Vielleicht eine Leiter, Mülltonnen oder auch ein bisschen Grünzeug. Ist immer gern gesehen. Kann man immer gern verwenden beim Häuschen. Aber ansonsten sind wir natürlich hier fertig. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wünsche viel Spaß beim Nachbarn. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also aufs Dreihen und Tschüss. Das, was sie heute zusammenbringt, das ist diese Show. Ihr Herz für die Show. Die Chance für die Show. Wenn ich es sie dann haben, sie auch. Die ist nur mehr, neuer natürlich auch braun. Wenn sie gerät haben, dann ist das auch voll okay. Dann war es wieder gut. Hey, hey, hey. Diese Leute. Hey, hey. Diese Leute. Hey, hey. Diese Leute. Hey.